Nummer 5. Ultraweicher Teppich, der perfekt ins Bad oder in die Dusche passt. Komfortable und saugfähige Schenille mit natürlichen Kontrasten. Der Teppich nimmt Wasser sofort auf, kann in der Maschine gewaschen werden und misst 50 cm x 80. Dieses Paket enthält zwei graue Teppiche. Bringen Sie Farbe und Charme in Ihr Badezimmer mit diesen Schenille-Matten. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Dieser Teppich hat ein klassisches Design und misst 70 x 120 cm, ist aber in verschiedenen Größen erhältlich. Der weiß-graue Teppich ist weich, bequem und rutschfest. Er nimmt Wasser schnell auf und ist maschinenwaschbar. Hervorragendes Produkt zum Qualitätspreis. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3. Diese schöne Badematte ist in acht Farben und zwei verschiedenen Größen erhältlich. Sie ist aus Schenille-Mikrofaser gefertigt, die Ihren Füßen das Gefühl von Wärme, Komfort und Weichheit gibt. Der Teppich ist rutschfest und ist besonders für ältere Menschen und Kinder sicher. Um ein Ausrutschen zu verhindern, ist maschinenwaschbar. Sein moderner Stil ist für jede Art von Möbeln geeignet, auch ideal für Hotels. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 2. Der Badteppich Stromboly mist 40 cm x 60 cm, ist so konzipiert, dass eine sofortige Trocknung gewährleistet ist. Der Teppich ist rutschfest und besteht aus Polyester mit 2 cm langen Haaren, sehr weich, erhältlich in schwarz. Ideal für die Verwendung im Bad, vor der Dusche absorbiert er effektiv Wasser. Maschinenwaschbar bei niedrigen Temperaturen. Er verleiht Ihrem Bad einen Hauch von Klasse. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Raffinierter Badteppich von Borbonese, historische Marke des italienischen Luxus. Der Teppich misst 70 cm x 180 cm, ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, ist weich, rutschfest, saugfähig und eignet sich perfekt für einen eleganten Stil. Hergestellt aus 100% Baumwolle, mit großer Saugfähigkeit, um schnell zu trocknen, sowie sehr langlebig zu sein. Erhältlich in der Farbe Creme. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung.